recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist es reiter und wir sind in folge 216 von avorion ja wir folgt zuletzt glaube ich eine traveler und schauen wie es da besteht mit dann irgendein ausrüstungs-doc das können wir uns dann mal anschauen das ist der traveler ja das ist der traveler dann gehen wir dahin und nach dem intro gucken wir dann was es in dem ausrüstungs-doc gibt bis gleich so dann steigen wir da mal ein traveler wechseln gucken wir mal macht er das nicht habe ich was falsch geklickt zu traveler wechseln bin im traveler wahrscheinlich schon so sieht es aus da ist das ausrüstungs-doc wir sind gedockt das heißt wir können gerade rein gucken und ausrüstung handeln gehen hier drauf haben wir schon maschine da nicht wir wollen eigentlich diese teile nur haben können hier ein paar sachen kaufen so das haben wir aber wir gucken ja er kommen kaufen mal rein egal gut das haben wir dann setzen wir mit dem traveler einen neuen da müssen wir das ausrüstungs-doc wieder eingeben und da haben wir schon irgendein komisches zeichen damit so das kann der traveler dann da koordination computer eingeben das war jetzt nicht so der deal ne wo ist die lady da wir wechseln zur lady und dann sagen wir dem traveler dass er darüber fliegen soll ne ja ich wäre gerne in die lady gewechselt und so wie es aussieht ja geht doch ich dachte das spiel wäre hängen geblieben aber ist es gar nicht sehr schön ach so da ist noch ein autopilot am werker das ist sehr gut der fliegt noch dann und der ist auch gleich schon da das passt dann schon das heißt wir können den traveler jetzt hier entschicken ja genau dann haben wir noch den albatross der albatross ist hier kommen dann gehen wir erst noch mal in albatross rein was mit dem ist der ist gedockt an einer forschungsstation ausrüstungs-doc das bedeutet wir können da mal gerade rein gucken knapp daneben ist auch vorbei nochmal das ganze ausrüstung handeln da sind wir richtig wir kaufen das alles auf sehr gut nein das wollten wir nicht wir wollten jetzt auf die karte und der könnte dann jetzt als nächstes jahr das bringt nichts wir gehen jetzt in die lady rein weil die wird jetzt am zielort angekommen sein denke ich und dann schicken wir zur lady wechseln und dann schicken wir den anderen zur zum anderen ausrüstungs-doc hier albatross fliegt mal da ein start albatross ist erledigt traveler ist vielleicht schon da aber wir sind jetzt hier noch unterwegs mit der geschichte wo es denn jetzt hier da ist nicht das ausrüstungs-doc oder ist doch das ausrüstungs-doc doch ist das aus stock halte f ok rückt das macht stop und wir halten f interessant dass er wenn ich das f drücke so umdockt und wenn der automat das macht egal wie so können wir nicht schade waffen nehmen wir auch noch mit gut die dürfen wir leider nicht haben wir denn hier noch ein ding gelevelt irgendwie ich glaube nicht ne schade gehen wir raus und gehen jetzt zum traveler lange ist mir der zeitpunkt bis wir hier wieder neue sachen kriegen ok da können wir abwarten die paar sekunden nehmen wir somit los 10 9 ist hier oben zu schwach wahrscheinlich ne ja 4 3 2 1 und neue sachen gut können wir kaufen können wir kaufen 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 alles das ist noch einer und den air abwrack geschützt und nehmen wir auch mit die dürfen wir nicht und die haben wir auch noch mitgenommen gut dann gehen wir auf die karte gehen in den traveler und dann schicken wir gleich denn war das der albatross war jetzt zuletzt oder die lady das war die lady und glaube na die lady schicken wir jetzt ja nicht so dahin sondern so dahin starten fertig so traveler gehen wir jetzt rein oder sind wir ja drinnen das heißt wir müssen jetzt hier nur gucken dass wir da zum dingens kommen ok ja dann machen wir das so mit dem her und dann kann ich den ausmachen und muss nur gucken wo ist jetzt da oben irgendwo ist unser wie kriege ich das jetzt nicht in fokus da ist es jetzt ja weiß ich auch nicht mach den weg und docken da dann fliegt er auch hin ok gut der ist unterwegs und und jetzt gehen wir die lady hat jetzt hier schon erreicht kann er sein aber der albatross müsste ja auch da sein den können wir jetzt mal besuchen gucken wir gerade in den albatross rein der müsste jetzt auch irgendwo ein ausrüstung stock haben das ist da unten ja computer anmachen wenn ich das jetzt drücke hat er achso das geht nur auf der karte alles klar hier hinfliegen hier hinfliegen ne da will ich noch nicht wo ist denn jetzt das ausrüstung stock hin das ist alles nicht da ist die forschung da erledigt karte und die lady wechseln die lady steht hier und schläft sozusagen die nehmen wir jetzt hier hin gehen da hin schließen den aus gehen da hin gut dann ist die karte wieder obsolet jetzt geben wir den traveler und der müsste ja fast schon da sein sozusagen ne ich meine das wäre so ne der war weit weg oder ne der hat es schon geschafft f ausrüstung stock ausrüstung handeln und hier mal eine schöne waffe karte haben wir schon naja hier gibt es auch noch einen r bergbau dann nehmen wir den natürlich gerne mit gut der ist erledigt wir gehen dann hier wieder raus jetzt war die lady zuerst oder der albatros zuerst ich weiß es nicht wir schicken auf jeden fall gleich den traveler weiter müssen wir mal gucken ausrüstungs dock achso wir wollten den traveler noch irgendwo hinschicken der könnte ja danach da fliegen ne gut dann nochmal hier hin f ausrüstung handeln da können wir können wir können wir können 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 wir nochmal können wir den nehmen wir noch mit ja das lassen wir jetzt da gut das bedeutet wir sind auch hier mit dem schiff fertig ne ich wollte nicht nochmal f drücken albatros schicken wir dann woanders hin warte mal so so und dann links klicken ne und dann sagt er ja ist zu nah weil ich kann selber da hin springen super so lady lady wechseln wenn wir in der lady sind dann machen wir den albatros weiter und dann gehen wir erst in die lady zurück die ja hier schön gedockt ist rufen wir auf ausrüstung handeln ausrüstung handeln ist das richtig ja können wir kaufen haben wir gut hier ist erledigt lady schicken wir dann gleich weiter gehen aber in den traveler rein wenn wir ein traveler sind schicken wir die lady hier hoch wo ist denn jetzt das ausrüstung stopp da oben naja das funktioniert ja so nicht ne erst über diese karte geht das und doch so da sind wir mit fertig mit dem der trippler fliegt dann dahin das heißt wir wechseln hier hin und gehen in den albatros müssten wir dann als nächstes und den albatros müssen wir dann auch zum ausrüstungs dock erschicken glaube ich sehe jetzt keinen doch da oben das bedeutet hier hin dahin und wo ist das kärtchen für da dann fliegt der auch dahin so traveler war der jetzt der nächste glaube ich ja ne der müsste jetzt gedockt sein oder wir werden es gleich sehen ist gedockt kaufen alles kaufen haben wir hier noch schickes können wir nicht nachlass das nachlass das so traveler erledigt karte gehen in die lady springen traveler woanders hinschicken ne die sind mit drin aber wir schicken erst den traveler woanders hin den schicken wir jetzt mal zu einer forschungsstation oder mal die hier auch schiffswerft ja so riecht mir den wohl wahrscheinlich aber wir machen das mal hier über die anzeige hier ja dann war da doch eine forschung ne aber das war ne doch das ist er gut dann haben wir den gehen jetzt hier nochmal rein gerade äh f geht nicht und dann machen wir nur hier ach das war schon ok die lady hätten wir wegschicken müssen das hat nicht so geklappt ne ok das bedeutet wir gehen jetzt noch in den albatross schicken die lady noch woanders hin lady ausgewählt lady bitte einmal da reinschicken und er hat noch den autopiloten an wo ist er da ist er dann machen wir da aus und machen da an der dreht sich da rein mit dem traktor stahl gedockt ausrüstung handeln diese sachen hier sehr schön zwei orangen noch einer den werkbauer nehmen wir mit den dürfen wir nicht der rest ist egal gut ok dann würde ich sagen machen wir hier erst wieder einen cut der albatross war das jetzt hier ne oder ja der albatross muss in der nächsten folge weggeschickt werden der traveller ist zur forschungsstation unterwegs und die lady ist glaube ich auch zu einer anderen station unterwegs dann müssen wir mal gucken wie wir da weiter vorgehen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen wir mich freuen wir das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine augen macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt ihr mit wer das nächste video hochladet gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao 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 ciao